Wir hatten gerade eine richtig gute Idee und zwar hatte ich gerade richtig viel Compressed Kakao über und habe mir jetzt dreimal die Praline gekauft und ich dachte dann, lasst uns doch zu dritt als Bike-Team, so wie wir gerade hübsch sind, mal den Boss dreimal machen. Ich habe keinen Bogen, du müsstest mir idealerweise aus dem Sky Shop noch ein Infinity Buch holen. Das mache ich eben. Oh, kann ich mir auch eins kaufen? Und noch ein bisschen Sweeping und noch ein bisschen Depth Strider war noch ganz nice. Okay. Also das Infinity Buch kostet 2000 Level by the way, ne? Ach ja, okay, habe ich gerade gesehen, die Null habe ich mir übersehen, passt schon. Habe ich. Das schenke ich dir, ich komme mal eben vorbei. Ja, mit der Infinity ist das schon wieder was anderes, ansonsten hätte ich jetzt nicht alle Pfeile und alles. Hello there. Bitteschön. Ja, wunderbar. Ich packe es mir gleich auf den Bogen. Ich würde noch, habt ihr noch 1-2 Minuten Zeit, damit ich hier anfassen kann noch den Rest? Ja, klaro. Das wäre dann mein erster richtiger Fight, wo ich mitmache. Oh, sonst hast du immer nur Spectated? Ja, ja. Oha. Also ich habe jetzt 25k Level. Ich hoffe mal, dass ich nicht von dem Viehblatt gewalzt werde. Dann zieh ein bisschen Elytra an, um wegfliegen zu können. Ich habe keine Elytra. Soll ich dir meine Leine? Stray, magst du mir die Elytra kaufen? Nein, passt schon. Ich habe das für Toren. Ich behalte den Blick und renne durch die Gegend, das passt. Okay. Ja, true, soll das schnell genug sein, ne? Wenn ich die verliere, dann sind sie halt weg. Hätte ich halt Lootboxen kaufen sollen, ja. Oder du kaufst jetzt Lootboxen. Oder hast du Spaß auf etwas? So, dann wird es Zeit. Wir kaufen mal. Ja, das sind meine ersten übrigens jetzt auch, ne? Ich habe die ganze Zeit gewartet, bis damit alle anderen Loot und alles kriegen und sowas, ne? Aber ich will auch diesen Pflanzer haben. Ja. Zieh durch. Ja. Hopp, Flash. Oh. Pflanzer. Was? Let's go. Let's go. Müsste ich den? Ja. Komm. Kürbis. Pflanzer. Ah, schade. Die machen es direkt wieder. Oh mein Gott, schade. Ja, die war eine K***. Ja, und die Level raus für den Fall. Ich will den Pflanzer haben. Ich will den jetzt auch selber haben. Oh, habe ich gerade zwei gemacht? Ja, ich habe zwei gemacht. Ich glaube schon. Hat einer von euch was eingesammelt? Ne, da war nur Fleisch drin. Müsste es, glaube ich, sein. Also im Sinnbild kann ich das spammen und dann ploppt das so raus und dann kann man so einsammeln. Aber ich weiß nicht, ob es im Server auch so ist. Ich glaube, es ploppt raus. Ist mir auch schon passiert. Oh, Farbos weggehebt. Das ist noch ein. Let's go. Ja, und den identifiziere ich jetzt. Der letzte Finale. Komm. Karotte. Also nicht ganz wertlos, aber. Ja. Ja, not bad, not bad. Ich habe auch schon, glaube ich, drei oder vier versucht. Der hatte ja auch jedes Mal Pech. Ich glaube, Melone, Weizen, Kartoffel, Karotte hatte ich bisher bekommen. Ich habe nur Weizen. Aber ich habe nur 23 Items. Haben wir von euch zwei Rotten Flesh bekommen? Nein. Ne, ich habe gar keins. Hm. Ah, ne, du hast ja zweimal gezogen. Zweimal identifiziert. Ja, aber ich habe ja... Ah, ah, okay, stimmt. Ja, ja, zweimal identifiziert. Da sind die auch noch zu guter sind. Ja, ja, okay, ne, dann passt. Okay. Dann lass einfach gleich werfen, sobald der Boss tot ist. Die haben nicht geantwortet, wie viel sie noch machen. Karz will direkt mitmachen. Na dann. Oh, er hat unser Trio zerstört. Oh mein Gott. Eieieiei. Na gut, akzeptabel. Er ist auch blond. Das ist auch blond. Das passt. Das war es schon. Das passt schon vom Skin her. Jo. Junge, okay, er ist direkt auf Krawall, ne? Er ist richtig aggro. Schön, let's go. Oh mein Gott. Take attack aim. Oh mein Gott, schütze. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Oh, holig. Ja, die Chell ist nicht, dass er angreift, dass allein sein Hüpfen reicht schon aus, um gefährlich zu sein. Ist true. Nein, noch ein Hit. Oh nein. Oh nein. Okay, gucken wir mal. So auf drei Reihen, okay. Oh, ja, okay, Magma Cream. Schade. Ja, also mit Infinity und Easy reparieren ist ja eigentlich chillig immer. Oh. Nice. Was zur Hölle? Plötzlich Big Spot gefunden, oder wie? Das war krass, ja. Again. Junge, er kennt richtig. Was passiert hier? Cleaner Run. Aber Speed Run plötzlich. Leute, Plot Twist, ne? Ich hab das natürlich nicht gemacht, dass da ein Kern drin ist, der sich bewegt oder so. Das Mob ist einfach buggy und ich hab mir eine Geschichte jetzt so ausgedacht. Aber es ist kreativ zumindest. Den Bug kreativ genutzt. Boah, das war ehrlich. Oh mein Gott, ich bekomme mich Panik. Okay, ready? Drei, zwei, eins. Ich kann es nicht öffnen. Oh. Ah, jetzt, oh, schade. Du hast keinen mehr, oder? Nee, leider nicht. Ey, Blizzard, wir haben gerade eine Giga-Mega-Idee für nächstes Jahr, ne? Ja. Dass der Spawn Modulen aufgebaut ist. Jeder Villager kriegt ein eigenes Abteil, man kann dann da reingehen zu dem. Und der Spawn vergrößert sich Stück für Stück mit jeder Stage. Boah, das wäre cool, ja. Und je nachdem, welche Collections es ist, hat er auch dort Felder, die er langsam von selbst anpflanzt. Und wenn eine Weile keiner am Spawn war, kann man hingehen und alles aber erden. Einfach für Prima. Das wäre auch witzig, ja. Ey, ich hab jetzt schon Bock, ich will schon anfangen, aber leider ist die Season noch nicht fertig. Erstmal muss ich hier durch. Und man könnte vielleicht sogar, man könnte sogar den Stand darstellen, wie viel die Leute schon abgegeben haben am Villager, indem da sich Blöcke aufbauen oder so. Achso, ja, dass der so einen Berg hinter sich hat. Aber also ich hätte, wir haben ja das Goal als Display, aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal anders in einem großen Text-Ding dann über dem Kopf von dem aufbrechen kann oder sowas. Das wäre auch cool, ja. Aber warte kurz, das muss ich mir notieren, weil ich notiere mir alles, sonst vergesse ich's. Okay, das wird aber auch heißen, dass ich theoretisch alles wieder neu umcoden kann. Let's go! Geil. So, 30 Boxen. Chat hat gesagt, 55% sagen nein, 45% sagen ja. Also ich muss ja erstmal einen Pflanzer kriegen und dann muss ich noch einen richtigen kriegen. Ich hab schon zwei Pflanzer gemacht. Ich hab schon zwei Pflanzer vorhin gekriegt und geöffnet, aber da war leider Karotte und noch was anderes, Melone oder sowas. Ich guck mal. Okay. Ach, und es landet da drin. Ja, was hast du denn? Ich hab den ersten Loot nie angeschaut da drin. Oh nein, das landet hier drin in der Box. Das heißt, du hast jedes Mal deinen ersten Loot vergessen oder deinen letzten Loot liegen gelassen. Nein, der wird ja rausgequetscht und du hast den letzten Loot liegen gelassen. Das heißt, jemand anderes ist immer gekommen und hatte deinen letzten Loot hier drin gehabt. Ja. Well. Gut zu wissen. Vielleicht hat jemand sich da den Kakaopflanzer schon geschnappt. So, sieben. Ich hab jetzt zwei Stunden für Gammelfleisch gespielt. Selten Blitzer, so hab ich lachen hören. Das ist so gut. Es tut mir echt leid. Das gibt einen Clip. Soll ich nochmal probieren? Ja, du kannst probieren. Guck mal, ich hab jetzt, du weißt ja, diese Reihenfolge, das Reihenfolgerisiko. Du hast jetzt halt, wenn ich unterdurchschnittlich performt, dann musst du jetzt überdurchschnittlich performen. Rein da. Rein theoretisch, ja. Wenn du jetzt zwölf Dinger kaufst, kriegst du safe was. Siehste? Armutschwim. Stimmt, okay. Dann probieren wir mal weiter. Also du kannst dich auch durchspammen und trotzdem am Ende reingucken, ne? Oh, ich hab ein, ein unidentifizierten und, 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 was ist es, was ist es? Kakao! Nein! Es ist Kakao! Nein! Ja! Nein! Das ist jetzt nix weh! Nein! Ja! Nein! Yes! Das ist so gut! Du verballerst 30 und kriegst ne Rottenfleisch! Ich geh da mal mein Gammelfleisch trott. Okay. Und mir kannst du auch noch ein bisschen haben, aber... Ah, wie geil! Ich kann das nicht mehr! Geil! Ja, also ich hab einen großen Erfolg erzielt. Schön! Du leider nicht, es tut mir leid. Ja. Jetzt habt ihr ja zwei im Nether. Ja, schön! Also wenn Tian mir einen ausleihen, kann ich dir meinen ausleihen. Hm, okay. Ja, ich muss da leider noch ein bisschen verarmen dann jetzt. Oh, Mist! Also ich wünsche dir viel Glück dabei, dass es vielleicht klappt. Ja. Oh, ich bin froh, dass ich es jetzt hab. Aber ich hab halt jetzt Mitleid, also... Auch wenn ich gelacht hab. Alles gut, die Folge wird heißen, der Gammelfleisch trott. Das war zu viel für mich. Es wird mir so leid. Ich kann dir dafür Schokoladenstücke anbieten. Vielleicht settigt das dein... Ach stimmt, das muss ich jetzt auch noch machen. Jetzt muss ich mal Pause machen. Ich kann, glaube ich, irgendwie zehn Stück oder so machen. Und dann krieg ich jetzt zehnmal Magma-Cream. Okay. Ich wünsch dir viel Erfolg, auf dass es nicht zehnmal Magma-Cream ist. Ja, mach mich los. Also ich kann mitkommen, aber ich glaube, das wär blöd, weil vielleicht bring ich dir ja sehr viel Pech. Nein, also du kannst ruhig die Zeit zum Farmen so nutzen. Ich krieg die auch allein, also das ist kein Problem. Stimmt, klar, dann farmen. Die sind nicht schwer. Logisch. Farmen ruhig weiter. Dann geh ich wieder in die Gruppe rüber. Ich hab 30 Lootboxen gekauft, 30.000 Level, hab 30 Mal Fleisch gekriegt. Dann kommt Blizzard, gibt seine aus, holt sich den Kakaopflanzer. Wie fühlt sich das an? Der hat sich so weggelacht, der hat sich so auf Erbärmisse weggelacht, so hab ich Blizzard noch nie lachen gehört.